hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge müsst wir hatten irgendwas vorne es ist 6 uhr 51 was hatten wir denn vor ich nehme an wir wollten weiter räubern gehen oder irgend so was was liegt der typ hier rum ja ich sollte vielleicht mal wir sollten ach genau wir haben gestern diese dinge daran gesetzt genau dass die da nicht mehr rein krabbeln können alter schwede das sollten wir tatsächlich auch bei allen anderen fenstern machen also dann können die wirklich nicht mehr einsteigen haben wir jetzt alles nicht gemacht was in irgendeiner form was die kaputt getrümmert haben ja das ist qualmt hier ja 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 bei 20 grad ist dem jungen mann ganz schön heiß geworden das ist dicht das ist dicht ja also moment inventar haben wir noch ein bisschen kruschkram drin was wir so nicht mehr brauchen das messer die axt die batterien und diese zwei zahnräder die sollten wir schon irgendwo anders hinschmeißen brauche ich nicht wenn ich looten gehen so wasser 02 wir sollten uns einen water purifier bauen das wäre genau die ein eimer einen eimer bauen wir uns über dieses inventar ne moment muss ich erst mal looky looky machen die waren das einen eimer bauen hier nicht hier nicht da nicht nie nie den eimer den eimer bauen wir erst über die werkbank so rum ist es richtig so und dann müssen wir uns erst mal eine werkbank bauen würde ich mal sagen wird mensch wir brauchen 16 bretter also wir haben ja holz gesiegelte draußen da hinten haben wir holz dann machen wir jetzt erstmal ein paar bretter und dann bauen wir uns eine werkbank in einer und dann so ein dinges kirchen so ein wasser reiniger kriegt das alles rein gucken so ne das krieg ich nicht alles mit ok wieder zurück ins schützende heim also nochmal also nochmal wir brauchen 16 bretter also bretter ach die säge die säge haben wir wir haben eine säge ja wir haben eine säge so so und nochmal 16 ja wie hunger und durst runter geht ne ist ja der hammer ok das haben wir dann brauchen wir 10 metal scraps haben wir das denn ja das haben wir ok und was braucht man noch so mal gucken 5 von den components so dann bauen wir uns eine werkbank ne, ne Werkbank und die Tackern will auch wieder hier hin denk ich mal oder wollten wir die, wollen wir in die Garage komm, wir stellen sie in die Garage wir stellen sie in die wir stellen sie nicht in die Garage dann bleibt sie hier drin einmal drehen bitte kann der mal nee, warte mal, die 3 ist eine leere Hand damit ich mal was sehe ja, so denke ich ist sie gerade aber denken und glauben ist ja auch nicht wissen aber ist ja egal wenn wir das da an das Fenster stellen ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man hier so eine hier diese Spinde hier ans Fenster stellt und die Zombies sind der Meinung sie müssten durchs Fenster krabbeln die kloppen einem die Schränke kaputt ne, und jetzt weiß ich nicht wie das ist mit einer Werkbank nicht, dass die da auf die blöden Gedanken kommen und okay wir bauen das einfach mal schauen naja, da laufen sie da rum ich bin fort bret zu bret zu hä? ja eben war noch dickfett Nebel ach guck mal hier iiii hier ne betteln und hausieren ist hier verboten wann hatten wir denn Nebel? das bisschen wo ich jetzt aus dem Fenster raus geguckt habe hatten wir davor schon Nebel als wir Holz gemacht haben kann das sein? ich habe keinen Plan ich habe überhaupt keinen Plan und warum haben die keinen Loot? was ist denn hier nicht richtig? ich verstehe das gar nicht oder haben die nur Loot, wenn man die persönlich aufs Maul kloppt? da weiß ich jetzt überhaupt nicht Bescheid so, jetzt gucke ich nach einem Eimer und wir brauchen ja zwei Eimer, ne? weil wir Eimer, Eimer brauchen für das Dings obwohl, ne, wir haben ja leere Flaschen da ist das jetzt im Moment gar nicht so witzig da brauchen wir nochmal eins davon und nochmal vier Metal Scraps ach Leute, kommt schon man, ich habe da nicht wir haben nur noch drei ich habe da nicht im Lotto gewonnen so, wir machen das Holz erstmal hier rein ja, da müssen wir Metal Scraps besorgen das heißt, wir müssen äh, Dinge zertrümmern so, da wir ja heute schon Nebel hatten hoffe ich ja, dass wir für den Rest des Tages davon verschont bleiben äh, mal gucken ja, das ist richtig gehen wir mal schauen Plastikkisten kaputt machen und Metal Scraps sammeln hier ist nichts mehr drinnen das hat man alles aus Gedienst so nee Prüfung so, genau okay Holzkohle mitnehmen ne Feder, nee brauche ich erstmal nicht da ist noch ne Plastikkarre oh, die Stamina ne, oh ich meine, klar sicher ist im wahren Leben ja nun auch so ne, wenn man irgendwas macht ist man irgendwann fertig mit der Bereifung das ist schon richtig ne, aber hier im Spiel ach ne Zündkerze jetzt würde ich gerade sagen was ist denn ein Sparkplug auch wieder was dazu gelernt wusste ich nicht, dass das im Englischen so heißt sehr schön ne, ich nehme den auch noch mit hier ja, und dann sind wir schon wieder runter ne ne, komm das schaffst du noch so gut, dann können wir uns jetzt zumindest ne Werkbank will ich noch was ach, guck mal an noch ne Zündkerze wie sind denn die drauf die Zündkerzen 16 und 30 kriegt man schon irgendwas zusammen mit hier dieses Ding ne, das haben wir gestern schon in der Folge gehabt ne, was ist das soll das ein Blatt darstellen oder was ne ich guck nur gerade mein Hund der frisst ja irgendwas das knackt dann dauernd aber jetzt hab ich auch gesehen was er da macht na, wenn's schmeckt so, wartet mal okay hier ist eine Zündkerze drinne aber eigentlich nein, ich würde sagen die lassen wir da drinnen und bringen den anderen Kram erst mal hier ins Schränkchen weil ihr wisst ja wir wollen ja den den Truck uns holen so ein Emo dann bauen wir gleich zwei Emo würde ich sagen nein, wir brauchen nur einen Eimer erst mal okay so, jetzt hier raus aus dem Display und da hinein und das so, Quatsch nein hier hin so und dann nö da Water Purifier also ein Eimer da brauchen wir nochmal sechs Stück von acht Steine und viermal Holz Mabrezzo okay, das hätten wir jetzt Holz brauchen wir wie denn äh Moment äh richtig richtig hier äh ähm Hackerholz Firewood tatsächlich okay ich glaube hier mehr geht ja nicht aber das reicht ja okay so und nö was noch ne hier acht Steine Steine haben wir überhaupt noch nicht gesammelt ne ich hoffe dass das jetzt nicht ein Problem wird aber das denke ich nicht eins zwei drei vier fünf sechs sieben und ein Achter bitte Ort so jetzt kommt alles weg hier ich glaube das hatte ich aber auch schon in den Folgen zuvor gesagt und dann sind wir ja nicht mehr dazu gekommen so nochmal so nochmal nochmal ich kann mal gucken wie herum ist hier richtig ach komm das ist scheißegal wie rum das komm ne warte ich stell's mit dem Eimer an die Wand so ne nein quatsch nicht da nein da so zack dann bauen wir das auch gleich oh wir müssen was trinken coole Sache Pargas so einmal so dann würde ich erstmal sagen wir trinken hier mal ne Coke ähm Moment 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 da ist 0,75 drin ich würde sagen wir trinken das aus hier dann ist das Ding leer leer sollte es sein äh und essen tun wir jetzt auch noch was wartet wartet äh was essen wir denn da okay hatten wir wir hatten doch ne 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 warte das nehme ich gleich mit das dann machen wir gleich nochmal Brennholz ne andere Kiste so zack zack vier Stück das sollte erstmal reichen so dann können wir das Ding damit schon bestücken das brauchen wir ach das wird ja gar nicht bestückt das wird ja wird ja wird ja wird ja automatisch aus dem Metall genommen dann gehen wir jetzt mal gucken ob ich auf diese Flasche wir haben doch nicht nur diese eine Flasche oder täuche ich mich täuche ich mich da jetzt rein nee hier ist noch ein aber da ist ja auch noch was zumzuflern drinnen ne Bölfe ne größer jetzt ist die Frage kann ich in diese Flasche wo und noch so ein trocken Trinkwasser drin ist Br 결국 b lotus ich habe keinen plan ausprobieren wenn wir es nicht ausprobieren werden wir es nicht wissen das geht wunderbar das gleiche in den purifier rein und dann haben wir die erste welle frischwasser selber gekocht wunderbar wird das schon wieder neblig eigentlich sollten wir nur einmal am tag nebel haben oder will nicht nicht zweimal hier mich irgendwo verkriechen müssen schmeißt jetzt mal rein und das destellierst du mir dann mal so und dann packen wir das hier drauf ein von diesem teil haben wir noch fast es ja nicht hatten wir irgendwo streichhölzer deponiert ja hier dann kann das auch noch mit da rein da würde ich sagen mache ich das auch noch mit da rein und das kommt auch nicht mit da rein sondern packen die säge wieder weg wir haben zehn vor drei das ist nicht viel aber für einmal durch den wald schlunzen noch bevor es richtig dunkel wird sollte das reichen ich weiß wie hinten das hat man schon alles abgekrabbelt zum bären zum hotel hin traue ich mich im moment gar nicht weil wir haben 13 schuss ich weiß nicht wo lauf ich denn hin hier will ich nicht hin da sind Zombies drinnen oder wollen wir mal gucken ob wir die platt kriegen ich weiß nicht wie wild es sind ich weiß nicht wie wild es sind ich weiß nicht wie wild es sind ach komm schon das ist doch jetzt nicht die possibility hier der sehr aua gemacht ja der hat sehr aua gemacht verdammte kacke save das game save das game haben wir nur noch zwei schuss hahaha sehr nice super sache leute wie viel schuss haben wir jetzt für den zombie gebraucht dreizehn zwölf ne elf ne zwei hat man für den anderen noch ich weiß man kann sich da auch anschleichen und mit dem messer so von hinten so ok also die scheinen nur loot zu haben wenn man die tatsächlich selber platt macht ok hat sich das jetzt hier lohnt das ist die zweite frage genau sich so in Gefahr zu begeben klar die Sache ist hier brauchen wir ne Dings und ne Crowbar haben wir noch gar nicht Lockpicks haben wir auch nicht ne das hat sich überhaupt nicht gelohnt ne 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 Ja, das ist natürlich kacke jetzt. Oder bleiben die jetzt für immer weg? Das ist die große Frage. Das wies ich nicht. Ja, wir werden es sehen. Ja, die Knarre ist jetzt leer. Das ist so cool. Da kann ich mich auch gleich mit Wattebäuchchen hier hinstellen und meine Gegner totwerfen. Hier geht gar nichts. Nö, da brauche ich gar nicht reinzugehen. Alter, der kommt da dem kleinen Hügel nicht hoch. Ich faß das ja nicht. Ein Rucksack. Oh, oh, oh. Very nice, very nice. Waren wir hier nicht schon und haben wir den Rucksack nicht gesehen? Oder waren wir hier noch nicht und haben den Rucksack nicht gesehen? Eine Flasche. Schön. Okay. Äh, da oben ist nix drauf. Ne, dann waren wir hier schon. Dann waren wir hier schon. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Genau, da steht unser Truck, den ich bei Zeiten mitnehmen werde. Aber bis wir da die ganzen Komponenten zusammen haben, wir müssen ja, nö, entweder acht Räder, zwei Motoren, zwei Zündkerzen und jede Menge Sprit. Und zwei Batterien. Ja, Batterien haben wir auch noch nicht. Oder halt eben nur alles einfach und dann hierher schleppen und, ja, dann mitnehmen. Genau, den Motor haben wir schon reingesetzt. Wo sind wir denn daheim? Oh, da sind die bösen Jungs. Und da, oh, da ist der Bär. Oh, oh, oh. Hör auf hier, Mensch. Scheiße, da läuft der Bär, haben wir gesehen. Und da sind die bösen Jungs. Ich laufe jetzt mitten durch über die Straße. Auch nicht verkehrt. Sind die denn auch da? Weil manchmal sind die tatsächlich nicht da, ne? Doch, sie sind aber da. Wie viel Uhr? Zehn vor vier. Okay. Dann mache ich mal Lucky Lucky hier oben, ob hier irgend noch was zum Abkrabbeln ist. Ich laufe mal hier hin, in der Hoffnung, dass ich mich verlaufe. Gut, also der Bär ist da unten. Der ist nicht hier oben. Aber guck mal, was da ist. Da ist ja auch noch was. Okay. Okay, okay, okay. Warte, das kommt. Oh, unser Haus. Oh, no, 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 no. Das ist nicht so prickelnd. Was ist das? Painkiller. Ja, verbannt. Sehr schön. Bei uns auf spielweise immer gut. Ein Rucksack. Yes, yes, yes. Sehr nice. Ne, hier in der Karre war mir gerade, ne? Ja, äh. So. Das Ding hier, ne? Von rechts wegen müsste man das eigentlich mitnehmen. Weil und so, ne? Ihr wisst schon, ne? Was wir jetzt hier so uns zusammenklauen brauchen, um wir nicht selber zu bauen. Also, ich, ne? Hä? Ich für meinen Teil würde im Real Life hier garantiert nicht rumlaufen. Garantiert nicht. Ich weiß nicht, was ich machen würde, aber hier rumlaufen auf keinen Fall. So, hier ist nichts mehr, oder? Sieht nicht so aus. Okay, hier ist die Straße. Da ist noch mal so ein App. Ach, guck mal. Und noch ein Rucksack. Also besser. Besser geht's ja fast gar nicht. Na? Stimmt, hier unten waren wir ja beim letzten Mal auch, ne? Und da hatten wir doch unseren Kanister hier in dem Auto vergessen. Stimmt, 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 stimmt. Nein. Hier. Oh, und eine Zündkerze. Oh, hier gab's auch immer mal Geräusche dazu, ne? Haben die dann irgendwie die ganzen Geräusche rausgenommen aus dem Game? Schade eigentlich. Weil das macht ja nun auch so ein bisschen... Das heißt, ein bisschen, das macht ja doch auch... Genau, das ist die Flasche, die wir nicht aufnehmen können, oder? Ja, geht nicht. Ähm... Ja, ein bisschen mehr Flair in das Spiel, ne? Halt, 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 Halt. Ja, komm. Nehmen wir die beiden drei mit. Oder, 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 oder. Ich weiß, da oben ist ein Köfferchen drauf. Wenn er dennoch da oben ist. Ich will... Safen. So, ja. Okay, hier ist nochmal Mooney. Ein bisschen Sprit. Okay. Da steht noch ein Rucksack. Ich fass es ja nicht. Hä? Doch, hier, klar. Sehr cool. Ja, meine Lieben. Ne, kleine Lutour gemacht. Ähm... Ne, das nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Lasst mir ein Kormi da. Oder vielleicht auch ein Abo. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.